Hi und herzlich willkommen hier zum Raytalk, ja nicht mal ganz so daily, so alle zwei Tage sind wir momentan, aber ich denke da ist angemessen für die zweite Progresswoche und natürlich auch ein herzliches Willkommen an T-Cain. Hallo, schönen guten Abend. Ja, heute nochmal ohne Gäste, ich denke übermorgen werden wir auf jeden Fall wieder Gäste dabei haben, da werde ich mich drum bemühen, dass wir da auf jeden Fall jemanden kriegen, aber heute haben wir einfach eh so viel zu besprechen, dass wir uns jetzt nicht unbedingt mit Gästen aufhalten müssen, ich meine T-Cain hat zwar schon gesagt, ja so viel ist ja eigentlich gar nicht, aber ich habe mir so vier Themen aufgeschrieben, die ja doch ganz interessant sein könnten. Zuerst mal müssen wir ein bisschen was revidieren vom Let's Away Talk, der Fallen Avatar wurde gar nicht geändert, sodass man den halt nicht mehr so spielen kann wie vorher, ich weiß nicht, ob dir das klar war inzwischen schon? Was meinst du, wurde nicht geändert? Ja, wir hatten ja letztes Mal die Theorie auch aufgestellt, dass der Fallen Avatar geändert ist und deswegen Mesthet jetzt neben Mistress auch Fallen Avatar halt nochmal anders spielen muss, ne? Und dem ist gar nicht so, also das war irgendwie eine Fehlinformation, ich hatte später nochmal mit Deepshades kurz geschrieben und der sagte, nee, nee, der wäre schon noch so wie vorher und ja, jetzt ist natürlich heute in den Hotfixes nochmal eine Erinnerung beim Fallen Avatar gewesen, wo natürlich durchaus sein kann, dass der auch, also dass der schon drin war, als die beiden Gästen den gekillt haben, das weiß ich nicht, aber sie haben ihn dann ja letztlich erst gestern auch noch zum zweiten Mal gekillt, ne? Du meinst, das mit dem Deathmark, dass das weniger Damage macht? Genau, das war ja heute drin, ja. Das ist schon aktiv gewesen, als Sexorsors und Mesthet diese Woche gekillt haben. Ah ja, genau. Ja, aber wie gesagt, was anderes war da nicht drin, entschuldigt die Konfusion, wir wussten natürlich schon, dass Blizzard das ändern würde und haben da schon in diesem Bezug drauf gesprochen, nein, Scherz, das ist natürlich nicht. Das, was ich, also ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht auf dem Weg da war, das, was ich meinte war, dass jemand gesagt hat, man könnte dieses Deathmark nicht mehr cloaken. Ja, genau. Dass quasi der Timer aufhört zu laufen und dann quasi doch noch ausläuft und diesen Wirbel dann macht, sobald Cloak of Shadows ausgelaufen ist. Ja, und also da scheint zumindest jetzt keine Änderung drin vorgelegen zu haben, zumindest sagt es die Shades. Aber wie gesagt, heute wurde er dann ein bisschen genervt. Ich meine, verständlich, wenn man sich anguckt, wie lange Mesthet ja beim ersten Mal dafür gebraucht hat und wie lange sie jetzt auch für einen Recurl gebraucht haben. Ich meine, das war ja schon mindestens nochmal ein ganzer Raidtag, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als ein ganzer Raidtag. Hat sich das gewundert? Ja, gut. Aber ich muss sagen, jetzt ein ganzer Raidtag für einen Boss, den man im Endeffekt quasi eine Woche gebraucht hat oder fast eine ganze Woche bei den Raidzeiten, die die Jungs haben. Das ist, denke ich, okay. Eine ID-Gier ist natürlich eine ganze Menge, die dazukommt und deswegen wird es dann kürzer. Aber dass das durchaus nochmal eine Weile dauern kann, darf ich... Ich finde ja immer, wenn man so einen Boss halt einmal drauf hat, ist es häufig so, dass es dann tatsächlich auch klappt, weil man A, rein psychisch natürlich erstmal weiß, wir können das, wir haben das schon mal gelegt. B, aber natürlich auch ganz klar, es daran liegt, weil man halt tatsächlich ja schon ewig daran geweibt ist, deswegen finde ich das immer so ein bisschen erstaunlich, wenn es dann zum Recurl nochmal sehr, sehr lange dauert. Und ich finde, wenn man sich dann überlegt, wie viele Tries die da machen täglich, ist das schon eine ganze Menge. Aber naja. Das kommt immer auf den Boss an, muss man sagen. Wenn der Boss nicht so schwer ist, in Anführungsstrichen, dann hast du recht, man hat den einmal gelernt und dann legt man den relativ schnell wieder. Aber irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo Bosse so komplex sind und man zusätzlich so hohe DPS- und HPS-Anforderungen hat, dass halt kleine Fehler sich schnell häufen können. Und das ist beim Avatar sicherlich der Fall, dass auch wenn du den Boss schon relativ viel getriet hast, einfach kleinere Fehler schnell zu toten Leuten, beziehungsweise dadurch dann zu einem Vibe führen können. Und deswegen wird das einfach nochmal ein bisschen gedauert haben. Das kann natürlich sein, ja, da gebe ich dir recht. Oder war ja auf jeden Fall auch so, dass es länger noch gedauert hat. War ja sogar so, dass Method es auf jeden Fall geschafft hat, quasi den First Kill und Second Kill erstmal für sich einzufahren. Exorcist hat dann nochmal, ich glaube, zwei oder drei Stunden später erst den zweiten Kill überhaupt nachgelegt, ne, also von der Gilde. Ja, naja. Weißt du eigentlich, also ich weiß nicht genau, wir haben ja gerade schon über Hotfixes gesprochen, die heute gemacht wurden. Du wirst sicherlich auch die Hotfixes beim Brewmaster Monk gesehen haben. Da gibt es ja diese Fähigkeit, also die Artefaktfähigkeit mit dem Fass, was man wirft. Und das haben sie jetzt geändert, weil es wohl einige Encounter trivialisiert hat. Kannst du dir konkret vorstellen, oder hast du vielleicht auch gehört von irgendjemandem, was damit gemeint war? Also welchen Encounter das ja trivialisiert hat? Ging es da vielleicht tatsächlich um den Fallen Avatar? Ging es vielleicht um Killjain, um irgendwas, was Method oder Exorcist da rausgefunden hat? Oder, ja, um was? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe seit letztem Content keinen Brewmaster mehr gespielt. Und daher kann ich dazu relativ wenig sagen. Ich habe da auch nichts zu gehört oder so. Ja gut, die Fähigkeit ist jetzt ja relativ... Was wirklich trivialisiert werden würde. Die Fähigkeit hat sich, denke ich, nicht geändert, dass du einfach keinen Schaden bekommst, ne? Genau. Von den Hits besonders stark, meiner Meinung nach, ist das natürlich bei Killjain. Der macht auf HC schon relativ gut Schaden mit seinen Hits, die man dann da durchtanken muss. Wo man durchaus einen größeren CD teilweise braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf Mythic schon knackig ist. Und wenn man einfach einen Brewmaster da hinstellen kann, der einfach sein Fass wirft und es passiert nichts... Für drei Sekunden, ne? Also für drei Sekunden können Millie-Attacken, um das auch nochmal kurz einzuordnen, nicht treffen. Nur um das nochmal... Für alle, die vielleicht die Fähigkeit nicht kannten. Jetzt ist es dann so, dass halt für drei Sekunden Auto-Attacken, also automatische Attacken, für drei Sekunden 99% weniger Schaden machen. Das ist die neue Variante der Fähigkeit. Ja, korrekt. Aber wie gesagt, im Endeffekt, der erhöht ja physischen Schaden mit dieser Attackung, um die es geht. Und im Endeffekt sind es bei ihm die Millie-Hits, die das Interessante sind. Von daher würde sich da tatsächlich nicht mal wirklich was geändert haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich mit dem Monk und dieser Instanz viel zu wenig beschäftigt, um jetzt sagen zu können, bei dem und dem Encounter ist der Monk dann extrem broken. Habe ich aber, muss ich auch sagen, irgendwie nie davon gehört oder in irgendwelchen Streams gesehen, wo Leute angefangen haben, irgendwie dann unbedingt Brewmaster mitzunehmen oder so, oder gerne einen Brewmaster haben wollten. Kann natürlich sein, dass ich da einfach irgendwas übersehe. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es halt Killjaden ist, dass halt die Special-Fähigkeit von ihm auf die Tanks, dass man die damit halt für drei Sekunden zumindest reduzieren kann. Was natürlich dann bedeuten würde im Umkehrschluss, dass man weniger Stacks hat, wie du schon gerade gesagt hast, und im letzten Moment vielleicht sogar zweimal diese Fähigkeiten nehmen könnte, theoretisch gesehen. Aber ja, ich weiß nicht genau. Also es könnte wirklich das sein. Und ja, weil mir ist so bei den anderen Bossen halt nichts eingefallen. Ich schätze jetzt nicht, dass irgendwas wieder bei der Mistress ist, weil es muss ja irgendwas sein, wo der Tank durch eine physische Attacke sehr viel Schaden bekommt. Und das ist ja vor allen Dingen tatsächlich bei Killjaden, weil zum Beispiel beim Fallen Avatar habe ich dann auch erst gedacht, dass vielleicht der Fallen Avatar ist, dass man die Attacke, wo er den Boden zerbricht, dass vielleicht das dadurch negiert wird. Das also quasi... Aber das wäre ja nur an dem Brewmaster selber. Ja, hätte ja sein können. Das wäre das logischer, aber du weißt ja nicht, ob vielleicht das einfach ein Bug ist, der das halt dazu führt, dass dann der Boden nicht zerbrochen wird. Könnte ja sein, oder? Also das Einzige, was mir vielleicht dazu einfällt, was man eventuell dann sehen könnte, was dann darauf passt, ist vielleicht bei der Maiden, der Hit auf den Tank. Wenn man den aus der Gruppe dreht und da das Monk fast drauf wirft, beziehungsweise drauf geworfen hat, dann müsste das wahrscheinlich theoretisch den kompletten Hit wegmachen. Das könnte sein, ja. Und jetzt nach dem Hotfix würde er es das nicht mehr tun. Bei Killjaden sollte sich eigentlich nichts geändert haben. Die Frage, ob das so crucial ist, sage ich jetzt mal, dass man sich sagt, ach ja gut, wollen wir mal die Attacke von der Maiden ausradieren. Also dass das die Maiden so leicht gemacht hat, kann natürlich sein. Keine Ahnung, ne? Im Endeffekt ist es immerhin der siebte von neun Bossen in der Instanz. Ja, müssen wir mal abwarten. Sie Hotfixen tatsächlich ziemlich viel hin und her an den Bossen. Im Progress noch, was wahrscheinlich den meisten Progress Raiders nicht unbedingt gefällt. Also ich habe auch schon von einigen anderen gehört, die dann gesagt haben, oh, immer mit so einem Progress, dann, ja, das ist nicht so angenehm. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil brauchst du nochmal neu lernen, ist immer so eine Sache. Also man entscheidet sich ja für eine Taktik, weil man denkt, die führt am schnellsten zum Ziel. Und wenn das von Anfang an nicht möglich gewesen wäre, dann hätte man, ich sage mal in Anführungsstrichen, diese Zeit gar nicht verschwendet. Dann hätte man das gar nicht machen müssen. Aber dann quasi zu sehen, es geht und man investiert dann Zeit und dann nach einer ID dahin zu gehen und zu sehen, oh, die Zeit war umsonst investiert. Jetzt müssen wir es anders spielen und jetzt müssen wir wieder neu von vorne anfangen und Zeit investieren. Ist halt immer ein bisschen doof. Und auf der anderen Seite zu sagen, so ist der Boss vielleicht nicht gedacht, dann machen wir es vielleicht nicht so und dann Hotfix Blizzard nix, wie sie das auch schon tausende Male gemacht haben. und der Boss wird viel einfacher von vielen anderen Leuten gekillt, die dann viel mehr Zeit haben. Funktioniert natürlich auch nicht. Ja, also wie gesagt, da ist jetzt natürlich immer eine Sache, dass wir jetzt nicht genau wissen, was Blizzard da gemacht hat, weil sie unfairerweise nicht dazu geschrieben haben, um welchen Boss es sich handelt. Dafür ein bisschen blöd, weil ich meine, wenn sie es Hotfix haben, könnten sie es ja durchaus auch weiter einfach mal reinhauen. Warum nicht? Aber naja, vielleicht weiß ja einer von euch, der eventuell bei Slutback oder so länger zugeguckt hat oder bei sonstigen Guilden, die vielleicht streamen oder einfach irgendjemanden kennt oder selber Progress Raider ist. Ich weiß es nicht und kann uns das sagen. Wäre sehr interessant, einfach mal in die Kommentare schreiben. Was eventuell auch noch geht. Ich glaube, die Attacke von diesem Hajat-Tan, von diesem großen Naga, das müsste auch physikal sein, wenn der 100% hat. Ich bezweifle aber stark, dass Blizzard sich so immens jetzt, also irgendwie so eine Fähigkeit tatsächlich so geendet hat, nur nur wegen Hajat-Tan. Aber ja, kann natürlich sein. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es die Summe aus ein paar kleinen Sachen sein, die da den Ausschlag gegeben haben. Nur dann muss man halt schauen, ob das anders nicht auch regelbar ist. Ja, ich meine nicht, dass sie jetzt, ich war vorher schon defensiv so für den Normalgebrauch halt. Und naja, und das ist jetzt halt auch nicht so über dadurch natürlich, weil Autoattacken sind natürlich immer so eine gewisse Sache. Aber naja, waren sowieso immer schon nur physische Attacken. Von daher ist nicht so ein riesiger Unterschied. Gut, ja, weiter zur guten Mistress. Ich weiß nicht genau, ob du drauf geachtet hast, aber es gibt zumindest jetzt wieder einen erneuten Kill nach dem Hotfix von Liberated. Ja, heißt die so? Libertad? Wie auch immer. Von Ravencrest, irgendwie so auf jeden Fall. Die haben die Mistress vor 23 Stunden gelegt, als weltweit 40. Gilde. Und erste neue Gilde nach dem Hotfix. Weil davor ist der letzte Kill von vor drei Tagen. Und das war dann eine koreanische Gilde, die halt den Hotfix noch nicht drin hatte. Beziehungsweise eben irgendwie Russen und so weiter und so fort. Die waren halt auch da. Reekilled haben allerdings den Boss inzwischen dann doch einige Gilden. Also auch die deutsche Gilde Version. Ich glaube inzwischen so alle in der Top Ten auf jeden Fall, wenn ich das so sagen kann. Außer AFKR habe ich bisher noch nicht gesehen. Doch auch inzwischen vor 10 Stunden. Das ist natürlich dann, als ich das letzte Mal nachgeguckt hatte. Oder ist dir da jetzt einer aufgefallen, der den Boss noch nicht reekilled hat in den letzten 24 Stunden? Nee, also wirklich aufgefallen. Jemand, der da in der Top Ten nicht gekillt hat, wäre mir nicht. Man hat, denke ich, bei allen gesehen... Und auch hier, auf Platz 10. Noval Tavara oder so. Die haben wir nicht gekillt. Sorry, ich muss unterbrechen. Also zumindest, dass die meisten Gilden, die haben in der Regel einen ganzen Raid-Tag nochmal an dem Boss gesessen und den quasi neu lernen müssen. Sicherlich durchaus verständlich, wenn man überlegt, dass der Boss schon fundamental geändert wurde. Denn Ability, die sonst... zwei, drei Leute in dem ganzen Kampf im Endeffekt zusätzlich zu den Markierten betroffen hat, betrifft jetzt quasi mehr oder weniger immer den gesamten Raid. Das ist dann doch schon noch eine ganze Menge mehr Koordinationsaufwand und macht den Boss um einiges komplexer. Jetzt natürlich nicht, wie man natürlich gesehen hat, nicht unschaffbar und so. Und ich gehe davon aus, dass jede Gilde, die den gelegt hat, den auch widerlegen wird. Und auch Gilden, die jetzt vielleicht mit dem Tanks... mit der Tank-Taktik kurz davor waren, den Boss zu legen, werden auch jetzt nicht ewig brauchen, um den dann mit der normalen, in Anführungsstrichen, oder gehotfixsten Taktik dann zu legen. Ja, ich glaube, die einzige Gilde, auf die ich noch geschaut habe, ob die das schon gelegt haben, wäre dann ZZL gewesen. Haben wir aber nicht geradet. Ja, da kommen wir ja gleich noch im Deutsch Progress zu. Also ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen durchgeguckt und man muss sagen, es sind schon viele Gilden, die es tatsächlich dann wirklich nicht geschafft haben, da nochmal einen Kill reinzulegen. Also das sind schon einige. Und man sieht dann jetzt zum Beispiel auch ein neuer Maiden-Kill kam natürlich entsprechend auch nur von den Jungs, die ich gerade schon erwähnt habe, mit dem komischen Namen. Also vor vier Stunden haben Libertad oder so haben dann eben auch die Maiden gelegt und der letzte Kill davor war wiederum dann vor vier Tagen. Also ihr seht schon, da ist dann jetzt ein bisschen was einfach im Rückstau. Und das sind so ungefähr 20 Gilden momentan, die quasi diese neue Variante gelegt haben, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt mal richtig durchgeguckt habe, ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil man halt wirklich bei jeder Gilde reingucken muss. Gucken, was haben die ihn zweimal gelegt, nur einmal gelegt, die ihn halt schon gelegt hatten, weil es natürlich jetzt keine Auflistung gibt, nach Hotfix und vor Hotfix, und vor Hotfix bei Viral Progress natürlicherseits. Und ja, also von daher nur 20 Gilden oder so können jetzt überhaupt da durch. Und entsprechend auch durch die Maiden und zum Avatar von Zagoras, wo jetzt halt wahrscheinlich auch Aversion ist. Und deswegen sind wir jetzt, würde ich mal sagen, im deutschen Progress. Genau, also Aversion hat wieder ein bisschen früher angefangen am Mittwoch und hat dann dementsprechend den Content gestern, soweit ich weiß, schon gerecleert gehabt, wenn ich mich nicht vertue, und standen dann am Avatar und Progress und Diets weiter. Und die direkte Konkurrenz, Zetsail, hat nicht geradet. Also halten sich diesen Content sehr an ihre fünf Raid-Tage und haben gestern auf jeden Fall nicht geradet. Sollten heute dann auch nicht raiden, wenn das korrekt ist, und würden erst morgen wieder einsteigen. Haben dann natürlich zeitlich gesehen schon einen größeren Nachteil. Die müssen die Maiden noch töten, müssen die Mistress noch töten und haben dann im Endeffekt zwei Tage, die, ja, sie jetzt schon wieder mehr hinter Aversion sind. Du hast ja auch gesagt, dass das das erste Mal ist, dass Zetsail nicht in der zweiten Woche Freitag und Samstag raidet. Zumindest von dem, was man da immer so mitbekommen hat, schien Zetsail auch so wie ihr als Impact damals, quasi die ersten zwei Wochen sieben Tage zu raiden. Ich glaube, die haben ihre HC-Raids dann auf Freitag oder Samstag oder so gelegt gehabt, ihre Split-Raids, die dann, ja, mehr oder weniger freiwillig waren, wo dann doch immer alle Leute da waren. Und daraus würde ich sagen, man hat doch schon sieben Tage geradet. Aber, ja, so sah es für mich aus. Also ich war ein bisschen verwundert zu sehen, dass sie weder gestern noch heute anscheinend was machen. Und ich muss sagen, wenn das so weitergeht, dann würde ich fast sagen, scheint, wenn nichts großartig noch schiefläuft bei Aversion, scheinen die zumindest in Deutschland die Top-1-Platzierung sicher zu haben. Sieht zumindest sauer. Es wird natürlich nicht ihr ganzes Ziel sein. Ich schätze mal, dass natürlich da auch noch ein gewisser Anspruch an den Weltrang ist. Ja, es hatte sich jetzt gerade nur so ein bisschen bei dir angehört, als ob das quasi so ein bisschen schlimm wäre von Aversion. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz ein bisschen relativieren, dass halt Zetsail auch eigentlich in der Vergangenheit immer diese sieben Tage in der zweiten ID geradet hat. Hattest du mir erzählt. Deswegen ist es nicht so, dass man sagt, ach, hier, Aversion, die hauen da jetzt voll rein. Und Zetsail macht das, was sie eigentlich nur machen wollen. Und deswegen hat das Aversion gar nicht verdient. Das wollte ich jetzt nur, bevor das einer denkt, hier verwahren, weil das war ja das, was du mir gestern erzählt hattest. Ja, nee, also es war nicht irgendwie so gegen die... Also es sollte nicht gegen Aversion gehen. Hab auch, oder wir haben mit Impact auch die ersten zwei Wochen immer sieben Tage geradet. Genau, also es ist jetzt nichts Neues, was die da machen. Es ist immer das, was man sich halt einfach vornimmt. Und ich denke, so muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Zeit er jeweils dann in sein Hobby investieren will. Ist natürlich auch eine gewisse Frage der Motivation. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn man sich so anguckt, wie so ein Progress läuft und vielleicht, wie man zwischendrin motiviert ist, ist dann natürlich auch so, dass du sagst, hey, yo, wir haben alle Bock, da zu sein. Und man weiß halt natürlich jetzt nicht, wie ist es zum Beispiel jetzt in den Gilden drin. Also wie ist es in der Motivation bei Aversion oder auch bei Zetsail. Und ich meine, das kommt dann natürlich immer darauf an, wie es gerade läuft bei den Boss, das kriegen wir alles so nicht mit. Wir kriegen jetzt ja auch nicht, wir können ja immer nur sehr, sehr ungenau von außen einschätzen. Wir können nur raten, von wann bis wann sind die Leute auf unserer Real-ID, zum Beispiel. Oder wir könnten natürlich auch einloggen auf den Servern, wie von wann bis wann sind die da drin in der Instance. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel am Ende nicht, wie viele Trials die gebraucht haben, um was zu killen. Ja, das ist halt alles natürlich immer so ein Stück weit ein Rätselrat. Wir werden das vielleicht dann im Ray-Talk nach dem Content nochmal klären können. Vielleicht haben dann die Jungs und Mädels für uns mal ein paar Zahlen, wie lange sie daran geweibt sind. Wäre natürlich ganz interessant, um da auch einfach natürlich so ein bisschen in Relation zu Methods beziehungsweise Exhauses zu kriegen, die sowas ja auch immer veröffentlichen. Und tatsächlich könnte es auch durchaus interessant sein, dass sich das Ganze eventuell vielleicht sogar, weil du sagst die Motivation und so, zu einem Vorteil für Setzail entwickelt. Wenn tatsächlich an dem Boss beide Gilden noch ein bisschen länger hängen und den zum Beispiel nicht diese Woche killen, dann hat Aversion natürlich eine ganze Menge mehr Zeit und auch Frustration bei diesem Boss aufgebraucht. Und Setzail, dadurch, dass sie halt auch Raid-freie Tage haben und mal ein bisschen rauskommen, können das Ganze natürlich dann ein bisschen entspannter angehen, solange sie dadurch nicht zu sehr zurückfallen und etwa zur gleichen Zeit killen. Das kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, ja. Also Item-Level-mäßig muss man sagen, hat Setzail doch nochmal deutlich aufgeschlossen zur Version. Wenn man sich das jetzt hier im DE-Item-Level-Ranking anguckt, haben wir hier Version mit 930,7 und Setzail-Verfällen mit 930,4. Falls du dich erinnerst, wir hatten das vor einer Woche auch mal angeguckt und da waren es über ein Item-Level weniger. Also da ist irgendwas passiert bei Setzail, was ihnen da definitiv, ja, irgendwie einen Schub gegeben hat. Wer weiß das schon? Dahinter kommen dann halt Inflagranti, North and Sky und auch Hope and Despair, Dying Wish Gambit, etc. Da werden wir ja auch nochmal gespannt sein. Also wenn wir auch da nochmal hingucken, weg von den Top 2 vielleicht beim Progress, hat sich natürlich auch noch nichts getan. Also es gibt halt keine zweite deutsche Gilde, die jetzt die neue Variante der Mistress gelegt haben. Von daher kann man da nur sagen, wir müssen da abwarten, ob sich Gambit da jetzt dann halt festsetzen kann oder auch eben nicht, weil man muss ja sagen, im letzten Content lief es bei denen schlechter und jetzt auf jeden Fall aber besser, bisher zumindest. Wird natürlich auch wiederum hier ein bisschen Motivation gegeben haben, vielleicht überraiden sich, aber auch all das ist natürlich das, was wir nicht wissen. Wie du schon richtig sagst, kann beides passieren, dass sowas dann natürlich auch zu einer Frustration führt, keinen Bock mehr, etc., etc. Ja, wo wir bei dem My Team Level sind, da muss man mittlerweile im Progress dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn das ein bisschen fortgeschrittener ist. Zum Beispiel hat Aversion angefangen, Twings zu equippen. Da weiß ich nicht ganz genau, ob das bei Setzail auch schon der Fall war, ob die auch schon geguckt haben oder ob die gesagt haben, ihr Kader passt einigermaßen für das, was sie sehen, was sie vorhaben. Und von daher, ja. Haben halt dann quasi geguckt in Richtung dem Nächsten, was kommt sozusagen. Genau. Von da aus. Im Endeffekt müsste man da abwarten, was tatsächlich die Gilden dann so etwa als Setup für den Avatar haben. Da kann man dann wieder ein bisschen vergleichen oder was, ja, sag ich mal, in dann den ganzen Reclears an Chars mitgenommen werden. Dann kann man da ein bisschen sehen, ob da vielleicht Chars, die hohes Item-Level haben, auf einmal draußen gelassen werden, weil man dann da den Twink von jemandem einplant und den dann mitnimmt. Weil man vielleicht eher jetzt zum Beispiel beim Avatar, die Gilden haben extrem viele Schurken benutzt, dann eher einen Schurken nachequippt als, weiß ich nicht, eine Eule oder ein Warlock oder was auch immer, was dann keine Immunity gerade hat. Und darauf müsste man dann ein bisschen achten. Aber alles in allem sieht das relativ ausgeglichen aus zwischen den beiden Gilden. Aber guter Punkt hin, wenn du noch mal angesprochen hast. Ja, wie gesagt, also alle Sachen danach werden sich vielleicht dann heute falls heute Gilden raiden. Letzte Woche wurden wir ja auch überrascht davon. Oder aber, wenn dann morgen abgeradet wird, sodass wir es dann am Montag erfahren, wie es da ausschaut, dann werden die Gilden uns sicherlich nochmal zeigen, wie erfolgreich können sie da sein und was können sie da machen. Ja, eine andere Sache, ich weiß nicht genau, ich hatte den erst mal gepostet. Ich habe ja heute so ein bisschen quasi in Erinnerung geschwägt. Also ich habe die ganzen letzten Wochen schon mal so drüber nachgedacht. Jetzt, wo Killjaden erneut Endboss ist, habe ich mir gedacht, könnte ich ja, nachdem ja auch Google und die GEMA ein Agreement getroffen haben, sodass nicht alle Videos immer gleich geblockt werden in Deutschland, könnte ich eigentlich nochmal unser altes Killjaden, The Burning Crusade-Video hochladen. Habe das auch dann heute gemacht, habe das quasi so als Retro-Ding nochmal veröffentlicht. Und ja, das war ganz, ganz cool, das zu sehen. Viele Leute haben jetzt auch dann schon nochmal kommentiert, dass sie es ganz interessant finden. Und dabei natürlich dann auch gesehen, ich meine, wenn man sich anguckt, das waren 25 Mann damals, die im Kader waren. Es gab nur einen Schwierigkeitsgrad von Sunwell und das Ganze, wie gesagt, ist jetzt neun Jahre her und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Encounter definitiv leichter waren früher, beziehungsweise auch die Spielweise der Charaktere. Sie sieht man einfach schön daran und ist dann auch nochmal schön widerlegt, weil das war damals der bis dahin auf jeden Fall schwerste Content überhaupt, Sunwell, den Blizzard gemacht hatte. Definitiv. Gut, Axramas Classic kann man vielleicht auch nochmal gelten lassen, weil das schon echt schwer war, teilweise bei so Encounter wie dem Foresman die 40 Leute zu organisieren. Aber das war dann eher eine Organisationsgeschichte. Aber die beiden letzten Bosse waren definitiv so das Schwerste, was Blizzard bis dahin gemacht hatte, bis dann eben Ulduar kam. und das heutzutage auf jeden Fall ein anderes Level ist, wenn man sich alleine halt die Spielweise von dem Hexmeister anguckt, der da im Bild war. Hier hat es einer geschrieben, der dann gesagt hatte, dass der Vorlog da zwischendurch irgendwie eine Minute lang eigentlich lediglich Shadow Balls castet fast. Und das ist es halt wirklich. Es war sehr, sehr leicht damals im direkten Vergleich mit der heutigen Spielweise. Ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich auch noch erinnern an die Zeit. Kei, ich kann mich da gut daran erinnern, ja. Und wie du schon gesagt hast, 40er-Raid-Zeiten, 25er-Raids, damals zu den Zeiten, der Großaufwand war, nicht unbedingt so extrem gute Spieler zu finden, weil so extrem gut musste man nicht unbedingt sein. Wie du schon sagst, manche Rotationen waren extrem einfach. Ich erinnere mich daran, wie unsere Warlocks top in ihren Ranks waren und im Endeffekt mit dem Lenkrad gespielt haben, das die ganze Zeit gedreht haben. Und das hat dann der Charter die ganze Zeit Shadowbolts geschossen. Ja. Weil was anderes hat er nicht gemacht. Dann einmal kurz eine Minute, jede Minute einmal so einen Curse nachgesetzt. Und damit war es schon erledigt. Aber genug Leute zu finden und vor allem auch Leute zu halten und das Gear quasi auf den Leuten zu halten, das war ein größeres Problem, weil Gear war damals extrem rar. Dann hatte man so Sachen wie Cleven aus dem Black Temple, die einfach ohne Ende DPS-Upgrade gebracht haben und ja, war eine lustige Zeit. Also ich erinnere mich daran, in der Melee-Gruppe zu sein und immer nach und nach die Schamanen reinrotiert zu bekommen für immer wieder nochmal Heldentum, weil es keinen Debuff dafür gab. Genau, das war ja damals war auf jeden Fall lustig. Mit Bloodlust, das war ja nur in der Gruppe, also nicht auf dem ganz schönen Schlachtzug. Und da musste man immer mal wieder, da konnte man das irgendwie noch machen, das hat Blizzard irgendwann dann entfernt, dass man halt nicht mehr im Kampf die Leute aus den Gruppen wechseln konnte, weil wir halt so eine Scheiße damit gemacht haben, wie eben die ganze Zeit in die Melee-Gruppe die Schamanen reinzuswitchen, die dann da kurz mal eben Heroism, hieß es ja damals, gecastet haben und dann erstmal wieder rausgekickt wurden oder diese Rota von den Drums of Battle, ja, das sieht man auch in dem Killjain-Video ganz schön im Chat, wo dann so eine Abfolge ist, wo irgendwie steht hier Drums used, bla 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 next, weil das konnte man halt in so einer Fünfer-Rota eigentlich quasi fast dauerhaft abhalten und musst du das aber dann natürlich koordinieren entsprechend, eine gute Reihenfolge haben. Ja, vor allen Dingen das Gear, wo du es ansprichst, also wenn man sich da an, also wenn man heute das Gear sieht, wie viel Gear es wirklich gibt und wie wenig Gear es damals gab, heute gibt es ja pro fünf Spieler quasi ein Item, auf 40 Leute damals gab es dann zwei Items, also das halt, also ich erinnere mich auch noch daran, bist BWL reingegangen und hattest zwei, wenn du Glück hattest, mal bei einem Boss drei Loots auf 40 Leute, Bonus-Loot gab es nicht, also da überhaupt Leute zu equippen war extrem hart und gerade in Klassik und BC, wenn man dann die vorherigen Raids immer alle noch mit abgefarmt hat, um alle Leute quasi langsam auf ein bestimmtes Niveau anzuheben, das war gar nicht so einfach. Ja, naja, also wie gesagt, falls ihr möchtet, könnt ihr auch nochmal in der Skilljaden-Video natürlich reingucken, falls ihr es nicht gemacht habt. Ich weiß, es ist halt so von der Qualität natürlich nicht das Geilste, ich meine, damals haben wir auch alle noch mit 4 zu 3 Monitoren gespielt, ja, deswegen sieht das natürlich auf den heutigen Monitoren auch nochmal ein bisschen blöder aus, aber auch so die Qualität, also früher gab es ja kein YouTube, wo man halt direkt so Sachen in HD-Qualität hochladen konnte, das kam ja erst später. Also, sowas müsst ihr in Betracht haben, ich weiß, das ist wie gesagt neun Jahre her und ja, damals gab es sowas nicht, da gab es jetzt erst mal seit einem Jahr überhaupt ein iPhone und auch das hatte noch nicht mal das Apps drauf, ja, das kam erst kurz nach dem, nach dem First Kill da am 1. Juni 2008, ja, kam erst das zweite iPhone raus, was ein App Store drauf hatte. Nur mal kurz für euch so ein bisschen die Relation für all jene, die vielleicht so lange schon nicht mehr spielen und wir gar nicht fassen können, vielleicht auch wie alt sie schon sind, ja, auch witziger Umstand, der da von einigen heute schon erwähnt wurden und das ist wirklich wahnsinnig, wie sich WoW in der Zeit auf jeden Fall verändert hat und zu einem durchaus wesentlich komplexeren Spiel geworden ist, finde ich. Also, ja, naja, aber gut, ich bin gespannt, was die Leute auch wiederum dazu zu sagen haben, falls dazu sich Leute äußern mögen. Insonsten, hast du noch irgendwas hinzuzufügen für heute? Ne, ich denke, für heute sind wir dann durch. Ich bin tatsächlich gespannt, ob der, ja, oder die, die zwei Hotfixes sind es ja mittlerweile beim Avatar, einmal die HP ein wenig reduziert, was letzte Woche auch schon leicht gewesen ist. War ja schon vorm Kill, ne? Genau. Und dann zusätzlich die Anpassung von diesem Deepav in der letzten Phase, ob das quasi dann mit dem Gier dieser Woche reicht, dass wir vielleicht übers Wochenende schon noch den nächsten Kill sehen. Von außen einzusehen, ist das natürlich ein bisschen schwer, wenn man nicht genau weiß, wie weit sind die einzelnen Gilden, ist das bei einigen vielleicht eventuell sehr knapp oder so. Die, die man streamen sieht, sind da noch relativ weit entfernt, also jetzt zum Beispiel, wenn man Future anguckt oder mal die Chinesen oder so, die scheinen noch ein gutes Stückchen entfernt zu sein von dem Kill. Ja, gut, Future musste jetzt ja auch erstmal wieder den Mistress legen, haben sie gestern geschafft, ne? Richtig, ja. So in ungefähr der, wir war schon, also War schon hatte ja auch vor, inzwischen, ja, 22 Stunden und ich glaube, Future war ähnlich auf 22 Stunden, also die sind da scheinbar momentan zumindest bei dem, ja, 23 Stunden sogar ein bisschen länger, sind also da ähnlich weit. Naja. Ja, muss ich sagen, überrascht mich dann, aber allgemein so ein bisschen, dass Future tatsächlich da mit Aversion mithalten kann. Ich hätte gedacht, dass die Jungs von Aversion da stärker sind und da, ja, besser dabei sind. Vielleicht sind ja einfach nur die anderen stärker, als du es gedacht hast. Wer weiß. Möglich, möglich. Naja, gut, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und sage, bis morgen, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.